Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu dem weiteren Bad von Turok. Jawohl, wir gehen hier weiter. Jetzt kriegen wir normalerweise kein Damage mehr, außer ich bin ein Idiot und fall hier runter. Was ja, Leider Gottes, auch schon mal passieren kann. So. Ja, das lief gut. Bitte leben, das lief auch gut. So. Jui. Jui. Jawohl. Wusch. Jawohl. Dann. Langsam. Hui. Jawohl. Geht gut. Jawohl. Hammer. Alles gut. So. Und das letzte. Man kann mehr als 100 haben. Okay. Das habe ich nicht gewusst. Hui. Und raus da. Sauber. Aber auf der anderen Seite ist es irgendwie verschwunden. Hm. Da war ja auch was Blaues. Wo in das hin? War das so ein Fake-Portal, oder was? Oder habe ich es kaputt gemacht? Das könnte sein, dass ich es kaputt gemacht habe. So. Ja, da sind sie wieder. Die Gratler. Au. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich jetzt nochmal einen Kontrollpunkt kriege, aber ich glaube nicht, ne? Renne ich da richtig? Nein. Ich laufe falsch, ne? Natürlich laufe ich falsch. Ja, verrotte. So. Jawohl, jetzt ist es da. Schau mal. Hm. Aber hier ist es ein Fake-Portal. Das geht nicht. Das haut nicht hin. Naja, dann sollten wir am Buckel runterrutschen. So. Da, 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 da. Na, Schweinchen, ich tue dir nichts mehr. So. Ein Ginolein. Wow. Au. Moment mal. Au. Na, komm nachher. Au. Geht ja. Die können aber auch Leben verlieren. Das sind, die habe ich gar nicht fertig erklärt, ne? Das hier sind, äh, Dinosaurier, die besonders intelligent sind. Die sind gerade in einer Evolutionsphase. Und, äh, ja, wie es so ist, man entwickelt sich dann halt weiter, ne? Nicht wie ein Pokémon. So vielleicht nicht unbedingt. Au. So. Aber, äh, sie, ähm, ja, sie werden eben zu Echsenmenschen. So kann man das sagen. Die Evolution ist so weit, dass sie sich in Menschen entwickeln wollen. Und diese Menschen sind nicht lieb. So, wir sind fertig, oder? Au. Au. Ein Granatenschmeißer. Halt doch, hallo, hallo. So. Das hast du jetzt davon. Du Kerl. So. Und dann gehen wir wieder springen, ne? Warte, hinten noch irgendwas. Nope. Ja, Äffchen. Ist schon gut. So. Ich soll dir die Schrottmunition aufsparen. Ja, nehmen wir die Pistole. Heureka. Und? Heureka. Und? Ja, ha. Und? Heureka. Ja, ha. Extra Leben? Was? Echt? So was gibt's auch? Ach so. Na super, jetzt fall ich runter. Schockschwerte in Rot. Was haben wir denn da? Schau mal. Was bist denn du? Blaues. Blaues Herz. Äh. Blaues Kreuz. Ich kenn nur grünes und rotes Kreuz. Na ja. Ja. Da drüben auch was. Versteckt das? Nö. Wahrscheinlich, wenn ich zu sehr kaputt bin, kann mir das wahrscheinlich, wenn ich wieder auf 100 bin oder so. Jo. Nochmal. Das ist aber voll fies, dass die wieder so bohnen können, ne? Diese Halunken. Ui. Wow. Das war, glaube ich, knapp. Wah-ha. Ja. Ja. Schaut, da komm ich nicht hin. Das gibt's ja nicht. Hallo? Das muss doch gehen. Joho. Wow. Ich seh schon Sprungpassagen. Sprungpassagen. Sind wieder mal nix gut für Zocki-Braut. Ui, der K. Ich komm nicht hin. Gibt's einen anderen Weg? Nein, nicht, oder? Das muss ich schon ausgehen. Dreck, verdammter. Jetzt häng ich da schon wieder. Ich will ja nicht hängen. So. Ich will da weiterkommen. So. Juhu. Vielleicht sollte ich mich mehr trauen. Ja. Einfach mehr trauen ist das Rätsel. Ich bin zu zackhaft. Was? Wow. Aha. Mit Anlauf. Seh ich schon. Heureka. Wow. So. Oh, yeah. Ja. Endlich wieder Munition. Oh, oh. Oh, mein. Aha. Springen. Alles klar. Wow. Wow. Nichts erwischt. Wow. Ein zweimal hintereinander. Du Ferkel. Au. Boah, der erwischt mich. Ne? Erwisch ich was? Bluten tut er schon, ne? Mach, dass es blutet. Wow. Der macht. Au, au, au. Wow. Er hat mit der Pistole. Jawoll. Sauer. Hast du was für uns? Nö. Mimimimimips. Aus so einem Spiel könnte man super geil ein Survival machen. So wie The Forest so ein bisschen mit wirklich Nahrung suchen müssen, überleben und dann sind eben statt diese, diese Mutanten da. Wusch. Ha. Sind halt eben. Wusch. Na nun. Wusch. Wusch. Au. Okay. Äh, okay. Das Messer ist effektiv. Tödliche Wunde. Haben wir jetzt einen Skin bekommen? Also so ein Talent, eine Fähigkeit? Äffchen. Ja, hallo. Ich hab' mir schon gehört. So. Oh, blaues Herz. Äh, Kreuz. Jetzt mach was. Weil ich immer fünf Punkte drüber hab, ne? Hm. Vielleicht macht sie jetzt was. Nö. Tödliche Wunderschwirrer. Das macht jetzt wieder nichts, weil ich zu viel Leben hab. Wahrscheinlich. Scheimdreck. So. Und hüpf. Was haben wir da? Möchtest du dein Spiel speichern? Jo, bitte. Was haben wir denn? Nein. Da. The hop. Okay. Zurück. Zwei extra Leben haben wir schon. Aber das ist nicht schlecht, oder? Da lang oder da lang? Das Turm ist sicher, was versteckt. Ich komme! Haben wir sie umgebracht? Ah, da ist noch wer. Hallo? Jetzt nehmen wir. Eine Granate, zwei Lebenspunkte und tödliche Wunde. 30 Pfeilschachtelpatronen. Boah, da, 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 da. Das ist schön. Hü, hüpf. Jawohl. Und hü, hüpf. Schwing, 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 schwing. Boah, voll in die Granate gehüpft. Super gemacht, Alex, super. Super! So. Da ist noch die Herzelein. Also Plus, Leben. Da hinten auch noch was. Ne. Jo, hüpf über die Lava. Ja, in die Lava. Genau. Au! Ja, sicher. Ich kann das. Ich bin da volle Profi. Ist ja nicht so fassen. So. Kurze Sprünge. Alter! Das gibt's ja nicht. Das verreckt mich da. Wollte ich zu senden. Das verreckt mich da. Wow. Alter, das mit nach unten, das ist auch nicht meins. Tja. Jetzt scheitere ich hier. Ist ja geil. Wow. Jetzt aber. Alter. So, nächstes Ding. Schalter. Super, ich habe hier 100 Lebenspunkte verloren. Es ist so circa in etwa. Ah, jetzt sind wir wieder da. Ah. Schrotz. Alter. Okay. Okay, die ist wirkungsvoll. Dafür haben wir nicht viel, aber die ist wirkungsvoll. Die hat Feuer. Und ein Marsch. So. Im Gegensatz zu mir. Ja, ne, der Affe lacht mich auch schon aus. Supi. Oh. Alter. Alter. Ich will ja nur mit dem Pfeiler schießen. Viel zu weit oben. Also das ist eine komische Steuerung. Was Pfeiler halt betrifft. Aha, zu weit unten. Jawohl, jetzt Hammer. Mit dem Baum umgehauen. Mann, ey. Jawohl. Geht ja. Schrotpatrönchen. Was haben wir da? Munitioner. Ja, hätte ich gern. Nehme ich. Muss ich dafür die Waffe wechseln? Nö, oder? Die ist voll. Ah, die ist nur voll. Ah. Okay. Na dann, rauf hier, ne? Boah, 17 Leben nunmehr. Ja, ja. Jo, so geht's auch. Mann, ey. Tut mir leid fürs Viech. Aber ich brauch seine Lebenspunkte. Loll, nur zwei. Alter. Alter. Ja, wo schießt denn du hin? Alter. Ach so, es ist keine Sprengmunition mehr, ne? Jawohl. Pschuh. Au. Passt. Sehr gut. Alter. So. Level 2 Schlüssel. Dararara. Fisch. So. Fünf Leben noch. Sauber. Gut gemacht, Socky. Du bist die Beste. Hm. Jetzt knackt's sicher. Au. Boah, fast den Abgrund runter, ne? Ich probier mal was. Kommt der da rauf? So. Da muss ich nur zu helfen wissen, ne? So, ich glaub, ich sollte ne Waffe wechseln, oder? Hm, ja. Treffen wir was? Ich hoffe doch, dass wir was treffen. Ja, wir haben getroffen. Ist gut. So. Keine Ahnung, was das war. Ich hab's jetzt einfach rumgeballert. Wah. Ähäh. Ähäh. Das wollte ich jetzt auch nicht. Ich wollte eigentlich bei der Pistole bleiben. Ich wollte jetzt nur die Karte einschalten. Ja, sicher. Okay. Fisch ist böse. Fisch ist sehr böse. Ja. Was sind wir da? Oh mein Gott. Och, du heilige. Ich bin Thorac. Ja, ja. Da. Geht auch. Dein Lebenspunkt ist immer mit. Hui. Ist jetzt da drüben nochmal Munition? Nein. Die war einzigartig. Okay. Einmalig. Hui. Hui. Ach, die Lava. Pui. Okay. Ui. Diesmal ist es besser gegangen. Subi. Jetzt haben wir auch wesentlich mehr Leben. Ja. Da war's, glaube ich, ne? Wow. Habe ich jetzt meine ganze... Die Munition ist wahrscheinlich auch weg, ne? Jo. Großartig, Zocki. Bravo. Dafür sind aber die Gegner normalerweise auch besiegt, ne? Ja, die unten ist so, ne? So. So. Da, 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 da. Äh, äh, äh. Von wegen, das ist nicht besiegt. Zumindest der halt nicht. Dafür ist der Große weg. Das ist auch schon gut. So, dann ist noch der da. So, langsam. Okay, der ist weg. Der könnte wenigstens ein paar, ein paar Lebenspunkte geben. Gut, der ist auch erledigt. So. Dann gab's hier noch welche, ne? Hä? Wo ist er hin? Ah! Neben mir. Noch einer. Äh, hallo? Alter. Ja. Ich könnte Munition gebrauchen. Ja. Das ist nur eine Schrot. Mehr nicht. Schade. Ja, ja. Da zwitschert wieder einer, ne? Alter. Die haben eine hohe Reichweite. Ich muss vorsichtiger sein. Ja. So weit, so gut ist alles. Okay. Ja, ja. Du Viech. Haben wir hier irgendwas? Nö. Oh, oh. Da ist der Big Boss, ne? Oh Gott, der ist auch erledigt. Puh. Dam, dam. Ich hab bald keine Munition mehr. Ich glaub, wir haben's ge... Wah! Ich hab rundherum... Ich bin jetzt rundherum gegangen. Kann ich nochmal zurück? Wah! Glück gehabt. Na, hallo! Ich will nochmal da und so. So. Hab ich jetzt alle? Ich weiß es grad nicht. Jo, passt. Alles gut. Na, ich will nochmal... Und so. Danke. Die Karte tun wir weg. Da rennt ja schon wieder einer, ne? Passt. Was ist denn das? Sells. Da steht ein Viech. Das ist einfach nur, ähm, Schrot, ne? Oh, da haben wir jetzt nur die Rote drin. Achso. Man kann auch Munition wechseln. Jo, wenn ich das jetzt wüsste, ne? Wie das geht. Da hab ich keine Ahnung, wie man da Munition wechselt. Keiner tut er... Tut er tut. Da hab ich schon gedacht, ne? Das ist ja nur die Karte. Oh, oh, oh. Ah, okay. Einfach verballern, dann geht das auch. Bist du auch ein Dino? Au. Oh. Jupp, er ist ein Dino. Schnell zurück. Munition erholen. Passt. Alle weg. Alle weg. So. Drum ist wieder so ein Gratler. Hab ich noch Pfeile? Oh. Zwei. Fast. Jawohl. Schön gemacht. Was ist denn das? Geistige Unbesiegbarkeit. Okay. Wow. Ach so, ich bin schneller als wie er. Ach so. Oh, das muss man halt auch wissen, ne? Ach, man schneller als wie er. Okay. Wie lang hält das an? Ja, da haben wir diese Frage beantwortet. So. Da ist sonst niemand mehr. Hallo, Schweinchen. Da ist jemand. Usch. Ehe. Ehe. Sogar hat der Affe lacht. Au. Du Mistkerl. So. Was hast du jetzt davon? Schießt mir da einfach von der Seite an. Überhaupt keine Manieren. Da oben ist noch so ein Gratler. Da sind viele Gratlers. Okay. Ich könnte Bogenmunitionchen brauchen wieder. Es ist schon irgendwie lustig. Oh. Jawohl. Da ist wieder einer. Granatenschmeißer. Wie kann ich Granatenschmeißen? Ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufe. Er ist gestolpert. Ja? Er ist einfach nur gestolpert. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Warte mal. Ja, geh mal drauf. Au. Da ist er. Da ist er. Baum, baum. Baum, baum. Da muss ich weiter. Warte. So wird es mir aufgefallen. Ach, nö. So, ich komme da wieder hoch. Äh. Da? Was? Wo waren die? Ah, da. Guck mal. Hier geht es rauf. Die Karte geht wieder weg. Bei der Karte. So. Alter, du Sau. Au. Ja, ja. So, weg mit dir. Muss man hier eigentlich alle umbringen? Das geht, glaube ich, nicht, oder? Ist auch nicht Sinn und Zweck, oder? Oder? Boah, das ist... Bist du ein Käfer, ein Böser? Böser Käfer. So. Ich sollte mal mit Messer arbeiten. Mir bleibt ja auch fast nichts mehr anderes übrig. Keine Ahnung, wo ich langlaufe. Aha. Da geht es weiter. So, geht ja. Schrotflinte. Haben wir auch bekommen. Aber die Waffe hatten wir schon, ne? Oh. Ich werde trotzdem noch ein bisschen beim Messer bleiben. Käfer. Au. Schirksviech. Schirksviech. Käfer. Herzelein. Volles Leben. Sauber. Das hat so komisch ausgeschaut. Ich musste da nachschauen. So. Dann müssen wir mal jetzt hier weitergehen. Hui. Au. Komm, lass dich abmuxen. Da ist der Nächste. Jawohl, geht ja. Da haben wir schon wieder was. Level 3 Schlüssel. Schlüssel. Sauber. Das ist schon wieder verdächtig, dass es hier schon weitergeht. Das heißt, da hinten gibt es vielleicht wieder was für uns. Außer Viecher. Nur noch Viecher. Ah, der ist erledigt. Es gibt mal Wasser. Ja, eine Unterwasserhöhle. Zum Glück braucht der keine Luft. Kann man nach oben auch? Aha. Okay. Oh, Bottchen. Aha, die können schwimmen. Sehr fein. Oh. Sturmgewehr. Schachtel Patronen. Ja, na. Das ist ja mal fesch, oder? Sturmpatronen. Also Sturmgewehr und die Patronen dazu. So muss ich sagen. Sturmpatronen. Genau, so heißt das bei mir. Nur bei mir. Also wenn ich mal so ein Waffengeschäft aufmache und ich sage Sturmpatronen, wisst ihr, was ich meine. Genau. So. Zwei. Ja, ist ja klar. Ja, ja. So, weiter geht's. Nicht schlecht herrspicht. Oh mein Gott. Aha. Ein Labyrinth. Ich mag Labyrinthe. Nicht. Nicht. Na, Entschuldigung. Ihr wollt nicht daher. So. Labyrinth. So. Käfer. Käfer kaputt. Leben. Ich mag Leben. Kontrollpunkt. Das ist natürlich sehr schön. Käfer. Noch mehr Käfer. Käfer. Ich laufe einfach mal irgendwie, wie ich glaube, dass es richtig sein könnte. Käfer. Gibt es ihr Leben? Ja, Leben. So. Dann würde ich sagen, da oben hin. Patrönchen. Explosivmunition. Nur eine. Pfff. Also wirklich. Ich hätte schon gerne alle beide mitgenommen. Käfer. Käfer kaputt. Was haben wir da? Leben. Käfer. Noch mehr Käfer. Da müsste irgendwo so ein... Ja, genau. Ja, sehr schön. Da ist der Nächste. Lauf ich richtig? Ich weiß es gerade nicht. Na, ist verkehrt. Da muss ich hin. Ich laufe jetzt einfach irgendwie. Vielleicht ist es ja gar nicht mal so falsch. Ja, geht ja. Eine Granate. Wie schmeißt man denn Granaten? Ich habe keine Ahnung. Munizönchen. Warum kann man die nicht mitnehmen? Das ist so gemeint. Wie gemein ist das? Ja. Aber wirklich. Das ist schon echt gemein. Da wird Zocki ganz traurig. Kann man nichts mitnehmen. Nein. Hüpf, hüpf, hüpf. Okay, wenn ich hüpfe, werde ich langsamer. Illogisch. Äh. Raus. Ich will. Da, ne? Da hinten rennt einer mit schweren Schuhen. Oder war ich hier drin schon? Da könnte es sein, dass ich da noch nicht war. Au. Wie stirbst du jetzt? Oh, Gerl. Und. Schlüssel gefunden. Sauber. So. Ein paar Tröhnchen. No. Nee, nee. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Käfer. Au. Käfer. Kaputter Käfer. Meine Leben. Ich hatte doch so viel. Au. So. Machen wir es halt so. Au. Du Geradler. Na, wir sterben. Viech. So. Passt das? Sind wir durch? Ich hoffe, dass es gut, dass es richtig war, was wir getan haben. Ein Kontrollpunkt. Und wenn der kaputt ist, müssen wir den Part beenden. So. Kontrollpünktchen. Sehr gut. Ihr Lieben, das war es wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß habt wie ich. So schlecht schlagen wir uns ja gar nicht. Wünsche euch somit auch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.